Beim Bachelor? Wedding Crusher? Nee, leider nicht. Also wir müssen, also guckt einfach rein, okay? Wartet, also ich kann auch nicht sagen, wie es genau ist. Ich kann nur sagen, mach mir very high. Ich bin mal, ne? Einmal so. So, guck mal, ne? Also so wie ich es gesehen habe, bist du dafür zuständig, Locations zu machen. Ach meine Aunt Mary. Oh Gott, es fängt an wie der Gas Station Simulator. Oh, hübsch. Wash me. Okay, die Steuerung ist sehr komisch. Man läuft länger. Wen heiraten? Wir heiraten nicht, wir verheiraten Leute. Wo ist denn die Fusebox? Oh Gott. Ah, hier. Hab Licht gemacht. Okay, Staubsauger vom Van. Ist so laut. Also ich hab den Regen voll leise und ist noch so laut. Okay. Okay, wir müssen irgendwas, also Entschuldigung, aber, also erst mal. Und zweitens, alter, das geht gar nicht so. Boah, besser. Boah, die Stühle sind ja hübsch. Oh, Essen! Hochzeiten sind ja auch toll. Also da kann man gar nicht... Das ist irgendwie hübsch. Irgendwie der Graf. Ich sehe drauf, der gefällt mir. So, gib mir meinen... Oh, ich kann endlich mein Traum mit wahr. Ich kann einfach Müll einsaugen. Einfach so. Oh. Oh. Ja, hab ich vorgehabt. Oh, das ist aber ein leiser Staubsauger. Die Musik ist das Problem, glaube ich. What did it to open quick? Naja, eigentlich... Eigentlich war es Rechtsklick, aber gut. Okay, das war jetzt ein bisschen too much. Besser, glaube ich. Wo haben wir denn noch Müll? Gar nichts. Was? Was? Manipulate the object, okay? Okay. Das ist schön. Das ist mal ein effizienter Stauberwischer. Select drapery from quickmenu... Quickmenu. And draper on... Okay. Okay. Ja, wo place ich denn jetzt? On the pins. Wo sind denn die... Ach, da hinten. Hab ich nicht gesehen, sorry. Ja, ja, ich versuch's doch gerade. Jetzt geh weg. Ja, schön. Ist Haus ein Hochzeitsvollmodell? Ja. Ja, ich weiß. Ich glaub, das ist halt wie Hausflipper nur für Hochzeiten. Smaller Decorations upon the pillars. Smaller Decorations upon the pillars. Ist das dann hier? Ja. Ist das irgendwie... Eingezeichnet? Ne, ne? Mir wird... Ist irgendwo... Ne, ne? Ich darf selbst aussuchen, wohin. Oder nicht? Ach, hier. Oh Gott. Hier, das ist ja Kidschick. Ne, 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 das geht... Oh mein Gott. Ich nehm Blumen. Ich nehm Blumen. Ich nehm Blumen. Ja, gut. Okay. Entschuldigung, aber der Stuhl... Oh Gott, was ist das denn? Was denn hier passiert? Was denn hier passiert? Hallo! Ich schreib dir mit einer sehr, sehr, sehr besonderen Anfrage. Also... Also sie möchten für ihre Hochzeit eine kleine Insel... Mit... Was? Eine Insel? Pfff... Mit chinesischer Architektur. Meine Fianze. Meine Verlobte ist Chinesin. Und wir haben überall danach gesucht nach unserem perfekten Platz für unsere Hochzeit. Und wir haben sie gefunden... TLC. Ja, es ist ein bisschen vernachlässigt worden. Es braucht ein bisschen TLC. Aber, aber... Da kommst du ins Spiel. Wir haben gehört, du bist die Beste der Besten der Besten. Und deswegen haben wir entschieden, dich einzustellen. Okay. Mindestens ein Dutzend chinesischer Dekorationen. Damit die Atmosphäre der Hochzeit auch passt. Aber ich hab auch nichts dagegen, wenn du ein bisschen hier mixt, ne? Okay, we go into Van. Was ist mit dir eigentlich los? Was ist mit dir eigentlich los? Da steht nicht mal was... Na ja, egal. Sag. Aber erstmal zu hier. Wonk. Zwischen den Zeilen lesen. Ich glaube ja, Lorca. Ich glaube, das war's. Johnny. Oh Gott. Na, Fuxi. Oh, da seh ich jetzt schon wieder... Es muss schon wieder die Wände... Oh, streichen. Ey, wartet mal, die FPS gehen nicht so gut, ne? Wir haben's gleich. Oh Gott, ich bin einfach gefallen. Ich glaub, hier geht's dann wieder, ne? Wer bist denn du? Bist du Johnny? Hello there. My name is Johnny. I am the guide, the guardian and the administrator of this place. I am also two times spinning champion of the region. I've heard you've got to organize a wedding party here. You should know that the temple is in total ruin. That and some punks have scribbled graffiti all over the place. I suggest you take care of it. Otherwise, you might just embarrass yourself. Er macht mehr Angst. Ja, Johnny, der ist ein ganz komischer. Okay, ich geh wieder auf die andere Seite. Erstens bin ich's gewöhnen und zweitens ist dann eine Minimap. Falls ich irgendwas übersehe, könnt ihr mir helfen. FB ist schon ein bisschen Auftrag. Wedding of Tsushima. Ja. Aber das war japanisch. Erpel. Warum sind hier nur Erpel? Ist das dieser Sexismus, von dem alle reden? Sind die Frauen eingesperrt zu Hause? Fuchs! Hallo. Oh Gott, ich kann fliegen. Was soll ich machen? Richtig, ist nur Geld. The temple doors. Okay. Eine Frage. Mein Wischwisch. Ist das gut genug für Graffiti? Ja, natürlich. Also, der Superwisch 3000. Weil die Weiblichen... Sind wirklich Peking-Enten nur weiblich? Nicht die männlichen. Ist das wirklich so? Ich hab noch nie eine Peking-Ente gegessen. Klar habt ihr die teuersten Fische der teuersten Fische. Ich weiß nicht welcher, aber hey. Keine Ahnung. Okay, wächst. Ich glaub, du hast trotzdem recht. So. Oh, die 3000 war sogar richtig. Ich hab's nicht mal gelesen. Wettjob 3000. Ich find superwisch 3000. Klingt besser. Ach Gott. Wer schmiert denn hier über Graffiti hin? Ist voll hübsch hier. Okay. Ja, ich will erstmal wischen. Also, Entschuldigung, aber... Mein Januar, ne? Haben die 8000 Dollar Budget? Oder krieg ich 8000 Dollar und alles, was ich kaufe, geht von meinem Budget ab? Ich muss das wissen. Das ist wichtig. Ich muss ja auch gucken, wo ich bleibe. Gigi. Gigi Chat. Was ist denn mit diesen Schmierfinken? Oh, das ist 69% haben wir schon gereinigt. Das heißt aber außen ist auch noch was. Jetzt mal ab zum Drillen. Wettjob 3000. Mein Porno nach. Okay, heilige Birmerkatze. Also, falls ihr, ne, wisst ihr jetzt, wo ihr suchen müsst. Okay. Tülülülü. Tülülülü. Tülülülülü. Ähm. Graffiti. Graffiti, Mitty. Kitty. Kitty. Ist das Graffiti? Ne. Irgendwas, was ja aus dem menschlichen Körper kommt. Komm, dann drillen wir erstmal. Was soll ich denn drillen? You need more materials. Collected garbage turns into materials. Was? Okay, Chat, ich muss saugen. Ich muss kurz saugen, damit ich Türen reparieren kann. Aber die Zubereitung ist off. Ja, ich glaube, sowas will man gar nicht wissen, ne? Okay, hier. Guck mir das mal. Ich glaube, wir brauchen Holz für Türen. Ich weiß nicht. Ich weiß, es ist sehr weit hergeholt, aber trotzdem. Ich glaube, es könnte helfen. Wir haben Stoff und Holz, schätzungsweise. Wenn wir jetzt also den Drill nehmen. Bisschen laut. Vielleicht machen wir die doch auch ein bisschen runter. Da ist das... Aua. Aber tatsächlich schmeckt Ente wirklich sehr gut. Leider. Ich hätte es auch gern, dass es nicht so wäre. Ich hätte es auch gern, dass es nicht so wäre. Wie aussieht, ne? Eui, eui, eui. Boah, diese Geräusche sind so eklig. Ne, das sollte ich. Es hat wirklich eine Komplett Sanierung. Oh Gott, da muss ich auch noch hoch. Stimmt. So. So. Ja, wie gesagt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt eine Hochzeit hier mache. Es ist so, dass ich einfach nur Dekorateur bin. Dazu bin ich auch noch Baumeister, okay? Da kann ich ja nichts dafür. Das steht halt in meinem Lebenslauf. Die Leute denken, es wäre echt so... Kann doch nicht. Oh Gott, Window. Jetzt Schild! Oh Gott, hier macht es zu viel Ratsch-Ratsch. Da ist noch Camp Award. Richtig, Lurker, richtig. Jetzt frag ich mich auch, warum ich sowas annehme. Also ganz ehrlich, ist schon ein bisschen viel Arbeit, oder nicht? Oh Gott. Oh Gott. Ja, aber da kommt halt diese typische Hochzeitsdeko dann dazu. Das ist ja das Schöne. Ich brauche mehr Holz. Ach so. Falsches Spiel, hä? Entschuldigung. Okay, davon kriege ich einfach alles. Das finde ich gut. Halt die Arbeit für Großbuffet. Ja, hoffentlich darf ich dann überhaupt mitessen. Das ist ja auch nicht immer normal, dass der Hochzeitsplaner mitessen darf, ne? Ich meine, wenn du fair bist, dann lässt du den mitessen. Aber ist jetzt auch nicht normal. Okay, das Rad könnte ich vielleicht auch wegmachen. Schön ist jetzt auch nicht. Ist denn noch das ganze Graffiti? Okay. Die sind noch nicht da lange rausgegangen, glaube ich. Da könnte noch was sein. Ja, tatsächlich. 5 und 8. Oh Gott. Hilfe! Hilfe! So. Da oder? Ja, 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 ja. Da sehe ich doch schon was. Die Light mögen wir nicht. Wir nehmen komplett Fett. Light schmeckt uns nicht. Wir mögen Butter pur. Das ist unser Ding. Nicht wahr, Chad? Ich frage mich wirklich, wo ist denn jetzt das letzte Graffiti noch? An dem Haus vielleicht? Nein. Das würde mir doch keiner antun, oder? Nee, nee, nee. Da komme ich nicht weiter. Ach, noch ein Graffiti. Scheiße. Oh... Das ist halt der ganze Müll, der. Ach, da hinten. Ich sehe es, ich sehe es. Oh, oh. Puh. Ich gehe bei dir nicht mehr nach ... Wahrscheinlich ist zu viel los, oder? Oh. Ja. Oh. Oh. Oh, oh. Okay, jetzt. Vielleicht hat Twitch ja wieder irgendwie Probleme, weil irgendwas umgestellt wird oder so. Weil also bei mir ist alles wie immer. Ach, same procedure is over here. Muss ich eigentlich, muss nicht ganz aufräumen, oder? Das interessiert die eigentlich nicht. Steht nicht in meinen Anforderungen. Was ist das denn? Gut. Brauche auf jeden Fall noch mehr Holz, glaube ich. Weil Holz, wahrscheinlich das Wichtigste. Was ist das? Ach, das sind so Lampi... Ach, okay, okay, okay. Lampiums. Sieht aus wie ein Riesenapfel aufgespießt oder so. Gut. Ich bin ja auch nicht hier die Putzkolonne, ne? Also das Putzen können sie selbst übernehmen. Oh Gott, das Dach. Ei, 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 ei. Kann ich da eigentlich rein? Da drin ist immer noch dunkel. Ich seh das doch da. Oh Gott, verdammt. Ich fand's im Dunkel schöner, bin ich ganz ehrlich. Ich fand's wirklich schöner, als es noch kaputt war. Oh! Puh. Die Löcher, okay. Kann man drüber streiten, ne? Aber... Bin ich das? Bin ich so männlich? Ich dachte, ich bin ne Frau. Ich wollte ne Frau sein. Einmal in meinem Leben und so. Was ist das? Ach, die Autoreifen. Ja, das reicht dann auch, glaub ich. Ich nehm das noch für einen Notfall mit, aber ich muss ja eigentlich nur noch einen Dach teilen. Ich hab nicht genug holz. Danke, Tobi. Danke, danke. Das ist mir auch aufgefallen. Aber sehr lieb von dir, dass du es mir noch extra sagst. Hallo? Und hops. So, schön. Ich soll mit Johnny talken. Ach nee, warte mal. Wir können ja noch dekorieren, ne? Okay. Das ist nicht Chinese. Das ist blöd. Auch nicht Chinese. Ja, das ist doch... Ja, das ist doch schön. Ähm, wie dreh ich? Wie dreh ich denn? Wie dreh ich denn? Ich dreh... Wie kann ich denn drehen? Ach so. Oh Gott. Okay. Weil... Also, ich bin ganz ehrlich. Wie mach ich das? Wie kann ich das? Ähm... Kann ich das einsaugen? Pfff. Okay. Also, wir machen das jetzt gescheit, ne? Oh. Oh. Oh, das sieht aber lecker aus. Also. Das ist ja so dieses typische Hochzeitspaar. Und dann... Also, der Hochzeitspaartisch, nenne ich's mal. Nehme ich jetzt lieber... So, die brauchen auf jeden Fall Abstand, weil seine Familie mag ihre Familie nicht. Das habe ich ganz stark festgestellt, als ich mit denen geredet habe. Das war echt schwierig. So, wo ist jetzt mein Kuchen? Ich will jetzt meinen Kuchen haben. Und der Kuchen ist wichtiger als die Gäste. Ist nicht symmetrisch, aber ist egal. Oh, Wein ist gut. Wein ist immer gut. Hier. Eure Hochzeit wird anstrengend genug. Nehmt euch den Wein. Hier könnt ihr aber das noch nehmen. So, verheiratet. Just married steht da drauf. Oh, so eine Abtrennwand ist auch gut, glaube ich. Also, ganz ehrlich, man will seine Gäste ja nicht zu sehr bei sich haben, nicht wahr? So ein bisschen hier Scheunenklappen vor. Ich glaube, das hilft, oder? So, man will ja eigentlich auch nur den Kuchen sehen. Ach, die brauchen noch mehr Tisch. Ihr wollt noch mehr Familienmitglieder? Naja, gut. Da hinten ist noch ein Platz, glaube ich. Ach, noch einer. Sag mal, wie viele Gäste habt ihr denn? Hier, ihre Familie ist riesig. Seine Familie ist okay und ihre Familie ist so, nee, also... Wir haben keine anderen Hobbys außer Bumsen. Okay, Laternen. Wo kriege ich denn die Laternen her? Was ist das? Das ist ja süß. Das ist ja süß. Einfach nur Kitschig... Hier, bitte. Das ist aber hübsch. Das war hübsch, das nehme ich. Cake eins von drei? Okay. Okay. Hier. Den vielleicht noch. Ist ja gleich... Aber das ist egal, oder? Oh, das ist schön. Hier, das kommt zum Eingang. Bedient euch. Betrinkt euch, damit ihr eure Verwandten ertragen könnt. Laternen? Wo kriege ich denn Laternen her? Hier? Ja. Kann ich hier auch auf den Tisch stellen? Nein. Dann machen wir die. Hier. Die sind hell genug. Außen will man sowieso nicht zu viel sehen, weil unser Essen ist verschimmelt. Erst das, was du wolltest. Hä? Geht doch. Ist doch alles gut. Ist doch alles gut. Also, die sollen ja eine schöne Hochzeit haben. Nicht wahr? So. Ihr kriegt eine, weil ich euch nicht mag. So. Tschüss. Ja. Seid ihr glücklich, hä? Ist die schönste Hochzeit. Also, Entschuldigung, aber... Also, asymmetrisch, richtig schief, alles. Besser geht's nicht, oder? Ich weiß nicht, dass die Tische aber zusammenstellen. Du hast recht. Du hast recht. Die hätten sich nicht so gehasst. Danke. Willi. Jetzt schuss, bitte. Sie schreien den Fisch. Was? Was für Dekoration willst du denn jetzt hier haben? Oh Gott. Der hat nicht verstanden, dass ich das schon dekoriert habe, richtig? Okay, ab da darf ich. So, bisschen Rosen, so reicht auch, oder? Mann, warum wollt ihr denn so viel hier? Trinkt vom Boden. Was anderes habt ihr nicht verdient. Schau mal. Können wir das irgendwie so machen? Das gleiche nochmal, ne? Okay, was ist... Hier, da hab ich noch nix. Aber das bringt mir auch nix. Ich kann das, glaube ich, nirgendwo dran machen. Schade, ich dachte, über die Bäume oder so. Hier könnt ihr euch auch hinsetzen. Das ist für die extra... Das sind die Kindertische. Jeder kennt Kindertische. Oh ja. Oh ja. Hier. Ihr wisst, wie es ist. Familienfeiern. Ich sag euch. Schrecklich. Hier, das ist der extra gute Wein. Den verstecke ich hier hinter. Oh. Der ist nur für die... Für das Ehepaar. So. Ähm. Das. Schön. Immer progleich. Ja, leider, ne? Also... Ähm. Wo ist das? Kann man da das nicht dran festmachen? Doch. Oh, das ist ja cool. Oh, das finde ich jetzt richtig cool. Vogel, geh mir aus der Sonne. Der ist cool. Ich will die anderen auch sehen. Deswegen mache ich einfach... Hallo? Das finde ich cool. Aber es zählt leider nicht. Deswegen machen wir da nichts mehr von. Warum gibt es eine Leiter? Naja. Hier, falls ich jemanden umbringen möchte. Und zwar ertränken. Kann er gerne über die Leiter da reinspringen. Das ist okay. Für mich. Also... Also ich gebe mir da jetzt nicht so viel Mühe, wie man sich vielleicht denken kann gerade. Ist nur eine Demo, ne? Ist ja schön. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal wieder... Äh... Wo war denn der Kuchen? Ich hätte gerne noch einen Kuchen. Ich bin ganz ehrlich. Ich hätte gerne noch... Hier. Das ist für Oma Hildegard. Die wollen wir nicht bei uns haben. Deswegen... Wir leiten die woanders lang. Richtig. Also mindestens eine Woche lang. Hier. Für die Kinder einen Kuchen. Und die anderen kriegen den Kuchen. Treppery ab? Wohin denn? Wo soll denn die Treppery hin? Spiel? Spiel? Ähm... Okay, gut. Ich dachte gerade wirklich, ich muss das alles machen. Okay. Naja. Nochmal Glück gehabt, ne? Uff. Hallo? Oh Gott, ich fliege. Ich fliege. Ach, ist das nicht hübsch? Ja, richtig, Lörker. Richtig. Aber Wachs wäre noch zu lustig. Da können die noch mit spielen. Lülü, lülü, lülü. Machen wir auch so ein bisschen was drüber. Hallo? Mach das? Danke. Oh Gott, ich muss auch noch fe... Oh Gott, das sieht so teuer aus. Feuer... Feuerwerk? Vorfeufeuerwerk? In this small island. Oh Gott, das sieht so teuer aus. Oh Gott, das sieht so teuer aus. Was ist denn jetzt das kleine small island-Ding da? Wo soll das hin? Ist das nicht das ganze small island? Aus meinen Fischen. Die Fische waren hier. Hier war ich noch nicht. Oh Gott, hier sieht es auch nicht gut aus. So ein Inselchen? Also hier? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich hier noch nicht. Gut, das würde ich jetzt nicht als Inselchen bezeichnen, aber gut. Hier. Place the launcher from the quick bar. Was? Now approach the launch and set the firing timer using scroll. Wat weiß ich denn? Hier. Fertig. Okay, run the show. Habe ich die jetzt abgefeuert? Ja gut, so hart bereicht. Das zählt, oder? Also kann ich ja nichts dafür, wenn ich es schon benutzt habe. Okay, ich mache eins, okay? Eins mache ich noch. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass ich denen jetzt die Hochzeit sonst kaputt gemacht habe. Aber wie war das jetzt mit dem Timer? Was wollte der denn mit dem Timer? Das habe ich nicht verstanden. Egal. Das freut mich ja nicht sehr. Nee, 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 nee. Ich gebe nicht mein ganzes Geld aus. Ich habe schon echt viel ausgegeben. Also ich habe denen schon gegönnt. Ja, scrollen habe ich auch gerade versucht. Ich weiß noch nicht was. Also egal. Ich fahre jetzt. Tschüss. Aufpassen, die FPS könnten wieder leiden, nicht wahr? Das habe ich aber auch hübsch gemacht. Also, die Beauty Shorts helfen. Ich kriege echt nur das Überbleibsel. Ich kriege wirklich nur das Überbleibsel. Oh Gott. Also, sie passen optisch sehr gut zusammen. Ja, das wusstest du doch gar nicht, Wächst. Ich meine, ich kenne sie auch von Hausflipper, aber... Okay.